Ach komm, natürlich, weil der Geist mit dir es wieder klaut, da werde ich wieder überholt. Also die Geister sind einfach nicht auf meiner Seite in diesem Spiel, ne? Ach, natürlich, natürlich, die Bombe auch noch. Uh, und die rote auch noch. Ui, 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 ui. Da sind wir mal einmal vom ersten auf den neunten, das ist ja überhaupt kein Problem, weil so spielen wir das Spiel gerne, das muss ja auch ein bisschen Herausforderung haben. Jetzt haben wir nämlich mal hier ein goldenes Pilzchen. Vielen Dank.